Hallo zusammen, willkommen zum zweiten Teil dieses Videos. Ich habe das, wie gesagt, in einem Rutsch durchgedreht und mich dann erst jetzt im Nachhinein entschieden, das in zwei Teile aufzusplitten. Das heißt, das ist die Anmoderation für Teil 2. Wir gucken uns alte Kinowerbung, die in der Kölner Stadtanzeige der 90er Jahre vorkam, an. Und ja, haben schon einige geschafft. Und hier kommen noch weitere. Viel Spaß. Das Gesundheitsministerium warnt, Vorsicht, die Zahl der Lachkranken wieder gestiegen. Das ist jetzt auch leider komplett weggefetzt, aber das ist der zweite Flodderfilm. Eine Familie zum Knutschen in Manhattan und garantiert der lustigste Film im Jahr. Sie grönen, sie stänkern, sie sind mehr als ordinär, sie sind the greatest. Ja, okay. Ein kleines Meisterwerk, ein Film der Superlative. Frech, frisch, launig, unkompliziert. Immerhin ein Film, den man heute noch kennt. Das ist El Mariachi. Und es ist schön, dass er damals zumindest schon so eigentlich doch recht sympathisch gehandelt wurde für einen 6.000-Dollar-Film. Und vor allem niemals Tiefstab-Film. Michael Douglas im meistdiskutierten Film des Jahres. Ja, wer kann sich denken, was das sein kann zur damaligen Zeit? Natürlich Falling Down. Oh, ich jetzt nicht sagen muss, der meistdiskutierte Film des Jahres, aber eine gewisse Relevanz hat der Film und besteht auch bis heute. Und da sind sie wieder, in einem rein rassigen Horror-Thriller für Fans der gepflegten Gänsehaut. Und das bei einem Film, den zwar jeder kennt, aber von dem ich noch nie eine positive Kritik gelesen habe, nämlich Friedhof der Kuscheltiere 2. Ich habe für den einen kleinen Softspot, aber grundsätzlich diese Ankündigung und dann der Film, der dahinter steckt, das passt nicht ganz überein. Das nächste Glas Wasser könnte ihr tot sein. Auch den Film hat es zerrissen. Den gibt es scheinbar nicht mehr. Den habe ich nochmal im Fernsehen gesehen, aber das war es. Nämlich mit Pierce Brosnan Hydrotoxin. Und da war Pierce Brosnan noch so bekannt, dass man seinen Namen nicht mal mit extra draufgeschrieben hat. Zwar sein Gesicht, aber irgendwie so dick Pierce Brosnan fehlt. Hier finde ich allein die Pressestimmen schon gut. Gut, der Nummer 1 Thriller dieses Sommers, aber der Text auf dem Plakat, den finde ich noch viel geiler. Er war reich, er war charmant, er war ein Verführer. Sie übernahmen seinen Fall, er übernahm die Kontrolle. Das ist so die Zeit, als man versucht hat, so nach Basic Instinct so einen Erotik-Thriller nach dem anderen rauszukotzen. Und ich kann mich nicht erinnern, den jemals gesehen zu haben, noch dass den irgendeiner auf dem Schirm haben könnte. Mit Rebecca DeMorne und Don Johnson, jenseits der Unschuld. Kennt irgendjemand von euch dich? Dieser Film bricht alle Rekorde. An diesem Wochenende wird bereits der 3-millionste Besucher erwartet. Na gut, der Film hat es wirklich vollständig hingekriegt, auch mit allem, was nachkam. Natürlich Jurassic Park. Und auch hier bemerkenswert, wie schlicht das Plakat ist. Und noch ein Beispiel für ein simples Plakat. Das Habe-Kerkeling-Plakat von Kein Pardon. Hier bin ich jetzt im Kino. Mehr braucht es nicht und auch den Film haben wir heute noch irgendwie im Herzen. Sei es nur wegen der Glücksmelodie-Szene. Sternstunde des Kinos. Zum Lachen, Heulen und Staunen. Herausragend. Und auf dem Plakat noch dieser geile Satz. Die Legende von dem, was wirklich wichtig ist. Lieben, leben, lachen. Und eine Mitgliedschaft im Videoclub. Und es geht natürlich um König der Fischer. Den Film haben nicht mehr so viele auf dem Schirm, aber ich finde, man sollte ihn kennen. Und der ist ein Blick wert, definitiv. Einfach super, sagt die Bild. Dann kann der Film da drunter ja einfach nur super sein. Action-Thriller mit viel Witz. Herrlich komisch. Garantiert der Action-Hit des Herbstes. Höchste Bewertung. Fünf Sterne. Unverzichtbar. Und auch wieder ein sehr schlichtes Plakat. Wobei ich das Cover eigentlich ziemlich geil finde. Das ist hier schwarz-weiß. Aber der hatte so einen rot-schwarzen Ton. Das war eigentlich sehr geschmackvoll gehalten. Und ich habe auch hier eine gewisse Liebe für den Film. Aber ich weiß, dass der allgemein nicht sehr hoch angesehen ist. Wunderbar anzusehen. Komisch und rührend. Gagreiche Erfolgsstory. Total irre. Ausgeflippt. Unschlagbar. Niemand kann sie aufhalten. Was kann darunter stecken? Der original Mighty Ducks Film. Auch der ist absolut in meinem Herzen. Aber ich weiß nicht, ob ich diesen Pressestimmen zustimmen würde. Eine irrwitzige Crazy Comedy. Schräge Gags und Slapstick unerendet. So ein Brüllen. Ein total schriller Streifen. Ein brillantes Feuerwerk an schrillen Gags und irren Sprüchen. Wirklich? Sagen wir es mal so. Auch der hat irgendwie seine Existenzberechtigung. Ich habe ihn damals auch im Kino gesehen. Und er hatte seinen Charme und seinen Witz. Aber ich weiß nicht. Also es ist immer das Verhältnis, wie irre sowas angekündigt wird. Und wie es dann ausfällt. Nach Basic Instinct. Der neue Thriller mit Sharon Stone. Voyeuristischer Nervenkitzel. Für Fantasie begabte. Ich brauchte bei dem Film keine Fantasie. Sondern eher die Hand vor Mund. Das ist nämlich Sliver. Sie schauen doch auch gerne zu. Nicht bei diesem Film. Auch wenn sie natürlich attraktiv verpackt haben. Ein Großstadt Cowboy bringt Pepp aufs Land. Eine brillante Show und flotte Musik. Ja, hat den noch irgendeiner auf dem Schirm? Ich glaube nicht. Kennt überhaupt noch jemand Paulie Shaw und seine Filme? Spiegerson Junior oder so. Ich glaube nicht. Ein Mystery Thriller der A-Klasse. Darum kennt ihn heute noch jemand. Oder ihr seid doch auch ganz sicher Fans von Spuren in Rot. Mit dem Slogan, du denkst. Klarer Fall. Niemand ist über jeden Verdacht erhaben. Ja, ich mag James Belushi gerade in der Zeit. Aber den Film habe ich nicht präsent. Das hier ist auch ganz nett. Sie verschwand. Ohne ein Wort. Ohne eine Spur. Ohne einen Grund. Das ist spurlos. Das ist das US-Remake des holländischen Films. Spurlos. Was ich jetzt daran interessant finde. Jeff Bridges, Kiefer Sutherland und Nancy Travis werden genannt. Mit keinem Wort erwähnt wird da Sandra Bullock. Ja, im Grunde die Verschwunden spielt. Auch wenn ihre Szenen natürlich in wenigen Minuten abgefrühstückt sind. Aber heute würde man den Namen Sandra Bullock da dann doch natürlich ein bisschen präsenter draufschreiben. Die neue Dimension des Actionfilms. Je höher die Brandung, desto abgesurfter die Gags. Heiße Action zwischen Kung-Fu und Wellenritt. Denn letztendlich, wenn wir an Leslie Nielsen denken, denken wir an diesen Film. Nämlich an Surf Ninjas. Die Karate-Kanone. Eine Welle Wahnsinn. Ich kann mich, glaube ich, nicht erinnern, den mal gesehen zu haben. Und ich glaube, in der Filmografie von Leslie Nielsen hat er keinen so hohen Stellenwert, als wie es hier verkauft wird. Der Mega-Hit des Jahrzehnts. Haut euch aus den Kinosesseln. Das stammt aus dem Jahr 1991. Und ich finde da vom Hit des Jahrzehnts zu sprechen sehr optimistisch. Aber es betrifft immerhin Terminator 2. Ich weiß noch nicht, was dieser Slogan bedeutet. Ich will niemandem zu nahe treten. Und den richtigen Gag hatten sie dann in der kommenden Woche, als der Film in der dritten Woche lief. Mit diesem geilen Satz. Mit Linda Hamilton. Das neue Morph-Vorbild der modernen, selbstbewussten Frau. Geile Sache. Die ist so ein Vorbild, dass man sie nicht mehr aufs Cover drucken kann. Ein weiterer Vertreter des Auf immer und ewig Verschwunden. Ein schwarzer Humor der Spitzenklasse hat Maxi immer bezeichnet. Aber das trifft auf den Film zu. Und ewig schleichen die Erben. Eine königlich verdrehte Farce, dass Rick Moranis hier die Hauptrolle spielt. Zeigt, wie alt der Film sein muss. Also der... Ja, ich sag mal so, auch hier ist der Fall, dass ich den damals 93 im Kino gesehen habe. Und ich mag den Film sehr. Aber ich find's witzig hier, wildverrückt witzig von der Coupé als Referenz anzuführen. Und bei der heutigen Reputation, den der Super Mario Bros. Film hat, würde ich sagen, ist das Lob da oben dann doch ein bisschen zu hoch gefasst. Und zum Abschluss gehen wir nochmal ein paar Plakate durch. Das sind Filme, die ich jetzt hier bei den Schnipseln wiedergefunden habe. Wo ich aber glaube, kein Mensch kennt sie noch. Schreibt mir das bitte in die Kommentare. Sind euch die Titel, die jetzt hier durchlaufen, irgendwie präsent? Abgeschminkt. Das Geld anderer Leute. Die zwei Leben der Veronika. Julia Roberts. Entscheidung aus Liebe. Franc, Franc und Alexandre. Fern Gulli. Ein Harrison Ford Film. In Sachen Henry. Ein Cop-Thriller mit Laurence Fishburne und Jeff Goldblum. Jenseits der Weißen Linie. Leolo. Bill Murray und Robert De Niro und Yuma Thurman in einem Film. Sein Name ist Mad Dog. Und Strictly Ballroom. Das war jetzt eine etwas unsortierte Reise. Einmal quer durch dieses ganze Thema. Und ich hoffe, das hat euch irgendwie ein bisschen Spaß gemacht. Und wenn ihr ein entsprechendes Alter habt vielleicht. Und einfach mal die Vorstellung. Man hatte nichts anderes als diese Schnipsel zur Hand. Und deswegen, ja, schauen wir doch mal. Die Frage an euch. Hat euch das gefallen? Habt ihr selber da irgendwelche Bezüge zu? Was auch immer euch einfällt. Haut es rein in die Kommentare unter dieses Video. Ansonsten möchte es keinen weiteren Teil dieses Videos geben, weil ich keine weiteren Plakate mehr habe. Und Ausschnitte aus meinen alten Filmen. Ich glaube, die braucht es auch nicht. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Ciao.